hallo willkommen zurück wissen wir bei café ohne simulator und schauen schon wieder direkt an die wand ja wir haben level 10 man sieht es an den goldenen ehren oben ja wir haben hier jetzt die möglichkeit oben noch weiter auszubauen der raum haben jetzt freigeschaltet oben drüber der muss natürlich ein bisschen eingerichtet werden und ja man hat mir auch tolle tipps gegeben ja also vielen dank dafür das heißt wenn ihn noch mal ein elektrogerät kaputt geht dann kann ich das mit meinem werkzeugstuhl hier auch selbst reparieren okay das ist mal was habe ich in der hand schauen wir mal später wie das geht wenn es wieder so weit ist wenn wieder etwas kaputt ist wir haben genau da muss auch noch rauchmelder gibt es da oben nur eine im moment bevor wir aufmachen sollten wir das zuerst noch kaufen das sind 25 brauchen wir gehen wir bei aber so natürlich wieder so und dann platzieren wir doch schnell noch die die rauchmelder hier sind zwei insgesamt ja okay lassen wir waren noch etwas was wir kaufen mussten ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher genau wir machen einfach nur auf oder sollte ich zuerst bisschen renovieren weil das geht ja auch nur dann wenn wieder geschlossen ist natürlich diese wand optik finde ich eigentlich ganz weiß oder hatte ich das schon gemacht ich habe schon wieder alles vergessen aber ich glaube das ist doch alles okay nur der boden natürlich ja teppich teppich oder würde das was aussehen ja warum nicht ja was ist okay so haben wir doch schnell gemacht wir haben jetzt den bereich und gerade mal überlegt vielleicht zweifarbig zu arbeiten wird aber jetzt irgendwie komisch aussehen kann man das in die der weg mal wie war das noch oder einfach nur was anders drüber legen was wir hier vielleicht im dunklen ja geht doch bis sie was schön machen oder würde ich doch sage dann wäre aber hier das auch besser oder dann ist es gleich mäßig er würde ich sage und hier vor die tür nach draußen so ein bisschen ja angedeutet das ganze ja okay lassen wir das mal hier vorne vielleicht was spielt er damit seine finger da um die klavier spielen oder was nur ein ganz begeisterter teppich liege so flur ja dann hier ist das marmor boden natürlich schön reingehauen in den boden auch hier machen wir was zweifarbig am besten habe ich gerade gesehen da ist ja auch noch eine dunkle variante und dann hauen wir mit unserem hämmelchen ein boden ein boden kaputt so ja ja ist doch ganz nett ich meine beim hotel renovate das hatte ich auch immer so zeitlang gespielt war natürlich interessant ich fand die die angegebene modelle so klasse also das war schon toll aus da macht natürlich spaß auch zu renovieren und dass ihm diese gestalten also das muss man schon sagen was eigentlich hier mit dem das doch auch wand kann man da was machen wände die mit ihrer stein optik immer das also nicht immer so das ware was hier dabei ist gott was soll das für ein café sein hier metall oder was rustikal holz naja das passt hier nicht hier gott nein wie sieht das aus kostet jedes mal geld so ein versuch aber ja stein optik bin ich mir auch nicht so sicher sieht so nachher dann sieht es doch wieder ganz anders da aus irgendwie ne hier sieht es noch einigermaßen erträglich aus aber geschlagen sieht es dann komisch aus einfach nur weiß naja gut naja ich glaube die leute so ernst wenn ich das in dem geben auch nicht nehme die gäste ob es denen nun gefällt oder nicht jetzt die decke natürlich die decke ja die würden das auch sehen jedes feld kostet uns zehn dollar ja ja da unten ist schon wieder was kaputt gegangen ja da fliegen schon wieder die fetze da unten ja ja da unten da unten ja Ja, bin schon angekommen. Ja, okay, kann man lassen da oben. So, dann hängen wir gleich schon was elektronisches auf, das war wieder schön kaputt gehen gegangen. Wie wäre es mit Lampen, die, wo sind die Lampen, da sind die Lampen, 90 Dollar, 90, dann nehmen wir doch die für 69, also. Was sind Stehlampen, wie stellen die sich einen Kaffee vor, sag mal. Natürlich hier im Aufgang. Ja, 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 ich komme gleich. Und da ist noch was kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Rauchmelder müssen, da müsste eine gewisse Anzahl drin sein, ich weiß es gar nicht. Ja, machen wir da noch eine hin. Die können ja nicht mehr wie kaputt gehen mit der Zeit, ne. Ihr wisst es ja, so. Aber so ein... Wasser, Möbel, hier war das. Jawohl, gleich beginnen wir gleich mit einer schräge Ausstattung. Das reicht mal. Jetzt wollte ich unten natürlich den Spielautomat, also den Videospielautomat, da oben platzieren. Nehmen wir den gleich mit. Haben wir noch eingesteckt, das ist super. Unser Kabel reicht natürlich so, dann drehen wir den mal gerade. Ich will jetzt nicht das ganze Geld auf einmal aushauen, aber, ne, vielleicht... Welche haben wir dann? Das ist ein anderer, ja. Kommt bestimmt gut. Ne Musicbox, ne, wäre ja auch was. Oh, ein Billard hätte man natürlich auch hinstellen können. Aber... Könnte ich natürlich eigentlich... Naja gut, das lassen wir... Ich will es mal nicht übertreiben, jetzt erst mal lassen wir das mal so. Hier geht es dann später raus zur Terrasse, da sind wir aber noch nicht so weit. Ah ja, natürlich, kriegt er Steckdosen. Zack. 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 Hä? Ach, der steckt unten noch drin, oder was? Und das gibt es doch nicht. Also es gibt es doch wohl nicht, oder? So, verkaufen wir die Steckdose. Anstelle der Stecker nur rausstecken, müssen wir die Steckdose verkaufen. Das ist auch nicht schlecht. So, äh, Power hier. Power hier. Haben wir schon getroffen. Jetzt steckt er drin. Power hier. Kommen die auch bedienen? Ne, nur Verkauf oder Verschiebe. So. Jetzt haben wir ordentlich investiert. Äh, der ist schon... Rauchmelder schon wieder, ja. Ähm. Die Regale lassen wir jetzt mal hier stehen. Ich wollte die erst umplatzieren. Hier ist alles in Ordnung. Das ist wirklich das Einzige, oder was? Der funkt da noch mehr. Guck mal da... Aha, geht. Dann denke ich, dass man das auch während der Öffnungszeit tun kann. Was ja auch ganz praktisch wäre. Wie sieht es eigentlich hier aus? Käse, äh, Cheesecake haben wir noch einige. Äh, Eclair haben wir noch einige. Ähm, noch ein paar. Nicht mehr so viel, aber das reicht noch. Dann kann man das später hier wieder... ...auffüllen. Wie sieht es mit Kaffee aus? Das ist eigentlich auch, oder? Ja. Zucker machen wir noch ein bisschen voll. Tasse haben wir 34. Das ist voll, ja, okay. Milch. Was ist los? Nicht genug Platz. Ist das wirklich voll? Das kann doch nicht voll sein, oder? Naja gut, ist halt so. Kaffee ist auch voll. Oder muss ich das irgendwie im Verhältnis teilen? Also es ist so viel Zucker drin. Dafür habe ich das weniger Kaffee. Keine Ahnung, also irgendwie kann sein, dass ich das im Verhältnis irgendwie auch, äh, naja gut, sehen wir mal. Äh, ja, da machen wir mal kurz auf. Und schauen wir mal, wie es dann so läuft. Achso, da draußen muss ich sagen, ja, es kommt, also hier ist schon ein bisschen eng manchmal. Aber mehr kommt durch, es geht nicht so schlimm, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Restaurant, macht das Licht an, da klar mache ich das Licht an, so. Und, äh, Lebensmittelgeschäft. Salami. Mozzarella, äh, 22 Ketchupflasche, das reicht vielleicht noch eine Zeit lang. Burger haben wir noch 30. Teig. Teig. Teig noch mal ein bisschen hergeholt. Da haben wir noch Eier, okay, Zwiebeln, ja, ja. Okay. Wurde schon geliefert, das ist, wie immer, ganz schnell hier in der Gegend. Nimmst du so ein Päckchen mit? Komm, nimm eins mit. Kriegst du 5% Rabatt aufs, ja, dann lass es doch. Jetzt guckt das euch an. Ja, 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 ich komme schon. Ja, sehr gut, da brauchen wir eine Dauer in Zuse machen, wenn was kaputt geht. Es funktioniert, vielen Dank nochmal für den Tipp. So, die nervig laute Flugzeuge. Schauen wir mal, ob man irgendwann eine Mercer-Granate noch kaufen könnte. Vielleicht können wir das Flugzeug abschießen, dann ist Ruhe. Was mich bei dem Game interessiert ist, ob man irgendwann auch mal eine andere Location noch eröffnen kann, erweitern kann und so weiter. Das werden wir mal sehen. Oder ob wir uns jetzt nur hier rumtümmeln. Ich meine, ein gut laufendes Café würde mich auch nicht stören. Dann ist mir das vollkommen egal, wo das ist. Hauptsache, es läuft gut. Ist das zur Phase, ne? Die erste Gäste und schon wieder alle schmutzig. Wie viele sind eigentlich schon gekommen? Ist da oben auch schon einer hoch? Muss ich natürlich jetzt viel mehr laufen, ne? Das ist klar. Einen Kellner haben wir ja. Aber niemand, der es sauber macht. Gab es da eigentlich Personal dafür? Verwaltung. Also, Koch kann man hier angeben. Ja, das ist die Bedienung. Das ist die Bedienung. Was ist das eigentlich nochmal? Was ist denn das nochmal? Der Becher, ne? Kassiere. Die Bedienung. Wer es wegbringt. Was macht der dann nochmal? Was ist denn das jetzt nochmal? Achso, ne, ach der Kaffee. Ja, an der Kaffee-Theke natürlich. Oh Mann, bin ich so bescheuert. Ach, das mit dem Bodenputzen, das ist halt nervig, ja. Die T-Shirt aufräumen ist ja noch nicht immer so schlimm, aber... Wups. Ja, 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 verschwinde bloß. Ich will ja nicht so gehässig sein gegen underprivilegierte Personen. Welche Schicksal die auch immer mitverfolgen und so weiter. Aber er muss jetzt nicht gerade vom Lade stehen. Was haben wir eigentlich für Aufgaben? Besorgen Sie einen Getränkeautomaten und stellen Sie ihn draußen auf. Verkaufe 15 Dosen Limonade. Achso, ja, das läuft hier. Wir haben ja schon lange einen stehen. Also einen Automaten, meine ich. Noch ein Schmutz, ist da noch irgendwo was? Wahrscheinlich, aber wahrscheinlich wieder drin auf der Tische. Eher. Wie ist eigentlich der Bestand? Sieben. Ja, 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 ja. Ja, 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 ist noch genug da. Das reicht aufs Erste. Ne? Achso, ich muss sie... Ah, okay. Man muss also die... Jedes einzelne rote Quadrat muss ja weggebohrt werden und dann ist es gut. Ei, hier liegt Geld auf der Tische ohne Ende. Das ist ja Wahnsinn. Ist da einer hochgegangen? Wir haben das Rennisch dauernd da hochgucken. Schauen wir mal, was noch da vorne ist. Eclairs werden langsam weniger. Ja, wir können ja noch mal Eclairs backen. Öffne den Backofen. Nimm die Ablage. 2, 4, 6, 8, 10. Fülle die Ablage mit Eclairs natürlich. Hä? Warum nicht mehr? Warum nimmt er die 3 jetzt nicht? Geht nicht. Keine Ahnung. Irgendwas mache ich doch falsch. Keine Ahnung. Irgendwas verstehe ich doch nicht. So, dann packen wir das doch mal. Schauen wir gleich wieder, wenn es fertig ist. Und da kommen sie auch schon. So, öffnet den Backofen, nimmt die Abloge, geht zum Regal, fertig. Und wir haben wieder Eclairs. Brauchen wir eigentlich eine zweite Bedienung? Also, wenn das mal doch voll wird. Ich meine, einige Tische stehen ja jetzt hier. Ja, da draußen prasselt der Regen. Ein schöner Sommerregen. Natürlich. Oh, der Burger sieht so lecker aus. Ich hätte doch so Lust drauf. Aber aktuell möchte ich mir sowas nicht gönnen. Ne, ne, ne. Muss man einfach mal die Figur bis hier im Auge behalten. Ja, da komme ich doch gerade richtig zum Geld und Müll abholen. Ja, es wäre natürlich besser, wenn es schön warm ist. Vielleicht trinken dann die Leute mehr. Und wenn ihr mehr trinkt, dann ist auch diese eine Mission abgeschlossen. Dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Geht keiner hoch? Muss ich da unten ein Schild hinhängen? Oben? Oben, oben, oben oder irgend sowas? Ne, ne. Oh, jetzt geht aber schnell alles kaputt. Oh, Mann. So, da liegt wieder Geld rum. Ei, 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 ei. Also nochmal vielen Dank für den Tipp mit der Bohrmaschine. Das geht wirklich schon easy. Aber irgendwie, seitdem ich die angewandt habe, bin ich jetzt nur noch am reparieren. Nun gut, wir wollen nicht jammern. In der Küche läuft es gut. Ne, ne, die eine Bedienung lassen wir mal. Dann das zweite machen wir noch nicht dazu. So voll ist es ja noch nicht. Und ganz ehrlich, wer muss nicht für sein Geld arbeiten? Man kennt es, ne? Gefühlt ist Arbeit immer 80% mehr als das, was man verdient. Ops, oh, ist mir die mausaste Verschreck aus der Hand gefallen. LG! Wir haben noch zwei Dosen und dann haben wir die Getränkepaart auch hinter uns. Da liegt wieder Müll, um Geld zu holen. Nur Geld? Kein Müll diesmal. Warum ist jetzt... Da fällt mir gerade ein. Ja, da war doch wieder was. Ich wollte gerade sagen, wir sind über 6.000 gekommen und wir sind ja schon wieder. Gute 500 runtergegangen, ja. Ich habe im Moment nichts anderes zu tun, wie nur da rumzulaufen, gucken, ob alles in Ordnung ist. Da oben ist doch keiner hochgegangen bis jetzt. Habe ich irgendwas vergessen, vielleicht? Ach, da unten klingelt die Krasse. Eine Pfütze direkt vor der Haustür. Noch eine? Ja, jetzt könnte ich ja nochmal gucken. Ich wollte die Menükarte erweitern, aber irgendwie... Ich verstehe es nicht magisch, aber es ist falsch. Haben wir überhaupt eine Fritteuse? Das ist doch Fritteuse, oder? Ja, oder ist das der Grill? Warum kann man das nicht erweitern? Nochmal nachgucken. Ne, es ist nicht drin. Zwiebelringe. Oder musst du hier anfassen? Ne, ist nicht drin. Sind beides ganz unten jetzt. Also wenn es jemand weiß, äh, von euch jemand weiß, äh, klar, gerne mit der Info gebe. Also, ich verstehe nicht, warum. Oder muss ich warten, bis der Level aufgestiegen ist. Es steht hier halt nirgendswo. Ich kann es nicht wegschieben. Gar nichts. Ne, geht not. Ich krieg's hier nicht rein. Erhöhe den Ruf, den dein Restaurant erhält. Erhöhe die Kosten für die von innen ausgeführten Bestellungen per Post. Erhöhe die Kosten für die... Senke den Preis der Utensilien. Das ist sehr gut. Da sind wir auch schon fünf, ja, mittlerweile. So, erstmal wieder Geld einsammeln. Jetzt geh ich wieder oben, gucke, ob da doch einmal jemand hochgegangen wäre. Kann das sein, dass hier irgendwas schiefläuft? Was? Ach, den kann die Tische und dann nicht mal verstellen oder verrutschen, wenn er geöffnet ist. Warum ist jetzt hier noch keiner hochgegangen? Fehlt mir irgendwas? Irgendwas Wichtiges? Ja, die sieht sehr lecker aus, die Suppe, ne? Ja, die Feuerwehr kommt, kein Problem, jetzt ist alles ganz. Verwaltung. Die Motivation ist wieder unter. Zahlt die Prämie. Da geht wieder Geld weg. Ah, das muss aber sein. Ja. Da mautze ich auch, wenn ich so viel Geld bezahlen muss. Ja, unser Business läuft, auch wenn das Geld irgendwie gefühlt immer schneller runter geht, als wie es hoch rauf geht. Aber ein Satz, was wohl jeder Restaurantbesitzer tatsächlich sagt. So, Mülleimer ist auch leer. Und wir haben noch nicht fünf Sterne, also irgendwie, das schleppt sich auch so dahin, da oben. Fehlt hier irgendwas? Ich meine, gut, unten haben wir ja auch Tische, die selten belegt sind, weil ja unten genug Platz ist. Also, warum soll jemand hochgehen? Eigentlich nur wegen der Aussicht, ne? Weil man sich lieber da oben hinsetzen will, in aller Ruhe. Oder hätte ich da oben, ich kann ja nicht gucken jetzt. Ich wollte gerade mal gucken, was es noch für Sitzgruppen gibt. Ist immer noch irgendwo... Ja, na klar. Es fehlen immer noch zwei Getränkedose, Mann. Warum... Die zwei kann doch mal eine Gekaufe jetzt. Gibt's doch wohl nicht. Ja, aber die Leute sind zufrieden. Das sieht schon mal gut aus. Ah, ja. Jetzt geht... Jawohl, Aufgabe erledigt. So, Bewertung ihres Kaffees und ein wichtiger Faktor für den Erfolg, ihre Gastronomie. Erreiche Stufe 8 und schalte die Möglichkeit frei, die Leistung des Kaffees zu überprüfen. Ja. Erreiche Stufe 8. Wir haben doch Stufe 10, oder nicht? Dann gucken wir doch gerade mal rein. Statistik. Was ist das? 4 von 22. Was ist das eigentlich? Verstehe ich das gerade? 4 von 22. Ach, das sind die... Das sind die Bewertungen, glaube ich, oder? Durchschnittliche Sekunde Wartezeit. 41 Sekunden. Also, wenn das schlecht sein soll, wüsste ich auch nicht. Da habe ich ja alles. Rechnung. Kamerastatistik. Ah. Das war es wohl. Food Festival. Hier ist der Sheriff, der... Trees Owens. Tries Owens, Trees Owens. Ich sehe, dass die Dinge gut laufen. Das freut mich sehr. Da sie neu in unserer Gegend sind, möchte ich ihnen mitteilen, dass wir jedes Jahr ein Fastfood-Festival veranstalten. Setzen sie also Pizza, Burger und Sushi auf ihre Speisekarte und bewerten sie sich dann auf einen großen Ansturm vor. Bereiten sie sich dann auf einen großen Ansturm vor. Ich wünsche ihnen viel Glück. Ja, ja, ja. Wir haben halt ein gutes Herz. So. Ja, jetzt verschwindet er endlich. So. Jetzt geht das wahrscheinlich auch mit dem Menü. Sushi, Sushi, Sushi. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob es jetzt geht. Ne. Ja, aber das gibt es doch nicht. Irgendwas mache ich doch falsch. Kann ich hier was wegholen? Auch nicht. Dass ich vielleicht so viel habe hier. Ja. Ja. Mit der rechten Maustasse oder mit dem Rad? Ne, auch nicht. Ich schrafe es gerade nicht ab. Also, es gibt es doch nicht. Ich kann die Karte nicht erweitern. Sushi, Arbeitstisch, Kühlschrank. Ja, das haben wir ja alles da. Also, das wäre jetzt nicht so, dass Geräte fehlen. Sushi, Sushi, Sushi. Kann ich alles nicht holen? Und er muss das Restaurant wieder geschlossen sein, um das zu machen. Ach, für die Terrasse. Oh, 16.000. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. platz mit springbrunnen naja das ist auch nicht so das ware ja wir haben level 10 also die stufe haben wir auf jeden fall erreicht okay die möchte gerne ein ja das machen wir beim nächsten mal das machen wir jetzt nicht ich hoffe die e-mail bleibt noch ein bisschen drin 8000 über gut gebrauch ich würde jetzt gerne wissen das kann man bearbeiten das geht aber ich kann es nicht hier rüber auf meine karte ziehen was bedeutet eigentlich hier diese farbstriche ohne drunter hat es auch deswegen nur wegen preis und kennzeichen keine ahnung ich komme da einfach nicht hin also vielleicht sollte ich dann doch das restaurant mal schließe und da ist noch mal probieren hier kann man wenigstens das raum schließe und dass die gäste gleich weglaufen und es wenigstens mal gemütlich fertig schnell oben noch mal kontrollieren das solange war noch kein er oben oder wird der raum genutzt erst dann wenn die terrasse offen ist der ist fertig fast food festival verkaufen sie 50 pizzen an besucher für eine teilnehmerprämie von 300 euro dollar naja gut die 50 pizzen wird mir bald verkauft habe aber das problem ist nur oder kann ich vielleicht dieses menü erweitern wenn ich da draußen diesen food traktor draußen hingestellt habe da war doch irgendwas gewesen moment da war doch was naja das lassen wir mal stehen ach so dass noch jemand drin im restaurant wo warst du was da oben spielte der war da oben jetzt gewesen ist immer noch jemand drin der war oben da hat gespielt oben am automat also hoch gehen die nur sitzt halt noch keiner oben ja gut ok ok wünsche dir gar nichts weiter beklagen ist ja alles in ordnung ist ja alles gut so wie war das jetzt verkauft ja da war doch was mit dem kann der da auch stehen ich stelle mir den stelle der musste da hinten dran stehen food work ok dann haben wir hier ok hier kann man es direkt kaufen das auch nicht schlecht 20 das kostet 5 dollar kotelett soße gurke wurst das brauchen wir auf jeden fall brezel ja das stimmt nice cola cola ich muss jetzt ich habe jetzt mein geld gar nicht doch da oben habe ich schon mein geld im auge das ist das ist was man komplett rein machen kann also wir können auch bis hier kotelett weiß ich nicht oder gucken wir mal wie es läuft machen wir ganz vorsichtig so sagen wir käse zwiebeln aber auch natürlich gehört auch ein guter hot dog schon drauf gurke haben wir wohl okay da brauchen wir aber schon wieder personal dazu oder ich muss hier selber stehen nachher das kann ich mir nicht vorstelle ja das glaube ich auch verwaltung halt halt wir brauchen ja ein koch haben jetzt kein koch hier ja das müssen köche sein war schon wieder weg jetzt noch kostet 3 stoller für da kurz rein zu gucken lassen wir das mal kommt wieder umsonst bezahlt aber egal ich mache jetzt wieder auf weil ich will mal sehen vielleicht wird das ja automatisch von meine küche mitgemacht oder wir müssen einfach schauen was passiert würde ich sagen und wieder also es wird zeit dass wir geld verdienen jetzt echt wieder wir haben fünf woche früh haben wir kein licht an wenn wir gleich sehen ob da ohne leute stehen also nochmal ich wollte doch nur gucken ob da jemand zugewiesen werden kann an personal nee kommen wir direkt hier rein ein klick und ich bin direkt da drauf oder kann man die hier also ich sehe ich nix dort da komme ich wieder die erste gäste wo geht die hin hat direkt ein erklärer hat sie bestellt die sind noch fertig warum muss sie darauf warten ja so eine köchin ist das man sieht ja auf ihrem auf ihrem leidungsstück ober also lecousin köchin auch die kommen zu mir essen das klasse und es bin spannend was hier passiert und wann der erste kommt so dann lassen wir das hier mal laufen da war doch noch was mit der e mail ja kommt dann helfen wir mal schnell wieder aus und wir beginnen wieder mit müll einsammeln ohne ende das dahinter das kaffee ist auch ein schönes plätzchen ne das ist ja das ist ja das ist ja Jaja, was mir für die Kohle alles macht. Das hat wieder Geld, oder doch Geld gebracht, ja sehr gut. Boah, ist aber jedes einzelne kaputt. Ah, da ist nichts. So, kommen wir ganz gut voran. Diese Schmotter hier mal abwischen, das sieht ja auch furchtbar aus. Die Ecke hätten wir schon langsam, was ist da unten, ist ja nicht nur was zu machen. Ne, dann sind wir hier wohl, ah da ist noch eine Scheibe. Komisch, sieht eben die komische Autos da drin. So, äh. Wer hat dann hier geparkt? Da ist ja alles voll hier. Das war mal so ein Pennymarkt oder sowas, hä? Was? Da ist eine Einkaufsfrage stehen. Die Pizza kriege ich noch nicht. Ich hab's gewusst. Oh. 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 Einer von, besetzt von alle Gans. Was? Eine. Da. 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 ja so langsam wird so langsam wird neue fenster die tür weggeworfen einfach okay das noch ja guck mal was hier noch ist da 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 corrobor Okay, jetzt sieht es doch gut aus. Tja, ich springe mal erst mal runter, so. Äh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, dann rufen wir die Statistik auf, das haben wir schon alles, reinige, 99%, es fehlt also noch eine kleine Ecke. Ah ja, die Handläufe. Der ist gut, da ist noch eine, repariert es bei 97%, da gibt es da noch was. Gibt es da noch irgendwo was, was schmutzig ist und so weiter. Also schmutzig wird da draußen noch sein natürlich, ne, und reparieren. Da geht ja noch der Steak, ne, der Steak. Wir gehen hier am Steak entlang. Ne, geht nicht. Okay. Aber ist hier irgendwo. Ja, ha. Das sind diese sogenannte Mülldosen, die Geld bringen. Da kann man auch nicht rein. An dem Zaun ist Gott sei Dank nix zu machen. Ja, nicht, dass die Autos noch auf so einem Schmutzhaufen stehen und ich kann da gar nicht dran. Ah, da ist er. Immer noch 99%, da fehlt er noch irgendwo was. Da war nichts zu reparieren. Das ganze Dach ist in Ordnung da oben jetzt. Ah ja. Und nochmal, jawohl. Also Reinigung ist fertig, aber repariere, fehlt noch drei Prozent. Nur kurz das Dach nochmal kontrollieren. Das sieht's gut aus. Da ist er noch. Guck mal, da ist er auch noch. Da liegt doch was schief, oder? Ne, das sah nur so aus. Da haben wir einer. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Aber irgendwie kann ich da nix machen. Aha. Ne, geht nicht. Obwohl die ganz anders der aussieht wie die andere. Aha. Okay, das haben wir geschafft. Alles repariert? Gut. Wendeflure decken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Machen wir jetzt ganz einfach, dass wir hier auch wieder durchkommen. Boden machen wir wieder wie immer. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 gleich werden nur die decke und die böden gebraucht wenn ich die prozente sehe wie schnell die nach oben gehen naja 76 prozent aber da draußen musste boden auch noch gemacht werde wahrscheinlich gucken wir mal gerade böden noch mal es gab ja da geht natürlich nix 88 prozent irgendwo fehlt natürlich noch was da gibt es doch irgendwo eine wand die gemacht werden muss geht nicht geht nicht da ist nix wenn das scheinbar nicht dabei decke haben wir gemacht kommt hatte da draußen ist ja noch der decke oder ja wahrscheinlich würde dazu sehen wir gleich sehen wir ganz ganz schnell decke jawohl ja da wäre die renovierungsarbeiter abgeschlossen das schon mal gut jetzt kommt natürlich an fangen wir erstmal an lampen drei stück die kriegt er doch sofort halt lampen von hier 12 kommen die man noch eine im außenbereich geht nicht okay drei lampen haben wir deko 2 die kriegt er doch auch bilder da kommen die bestimmt die küche hin oder wird wird wieder so viel zeug reingestellt werden müssen noch ein anderes bild dazu unterhaltung 2 unterhaltung war unterhaltung ist gesperrt wie soll ich dem dann unterhaltung reinmacher registriert hause eine wir für tische müssen reingestellt guck erst mal rein fünf tische ja gut nehmen wir haben wir fangen mit der kit mit der küche an ofen 200 jetzt schon los das ist nämlich gar nicht so einfach wie der alles zu platzieren fritteuse 2 das wird eng kühlschrank 2 ja na klar alles zwei warum mit fritteuse 2 was haben wir da ist reingestellt hat grill waren das fritteuse sowas anderes da die haben was vorher alles zweimal wenn die datoren 3 spülen 3 hoch die hamasser ist was vorher du da geht was nur bei denen hier kann was weggespült werde so weil die wenn man schränke 2 dann immer doch hängeschränke die krieg mir leichter unter was haben wir da eismaschine 2 nips einmal umdrehen tische 3 das sind dann natürlich die arbeitstische die normale krieg ganz einfache weil ich eh nicht weiß wohin damit die kann man doch auch mit in der raum stelle die hier zumindest ok die küche ist noch nicht fertig was fehlt noch die küche ist noch nicht fertig warum nicht 100 prozent war ist doch 100 prozent ist nur nicht durchgestrichen oder keine ahnung bio toilette das ist bei toilette natürlich ist das bio toilette ja was soll das sonst sein die kommen aber zum glück draußen hin da wäre auch fertig die registrierkasse holen wir jetzt so weil das haben wir auch und jetzt brauchen wir fünf tische möbela 1 hätte stehen jetzt gerade eben bisschen besser hingestellt 2345 unterhaltung 2 so jetzt bin ich gespannt spezial geht nix war das nicht waren dass der spiele hier wird gescheuert zwei unterhaltung dann kriegt er doch einfach ein spielautomat noch dahin steht ich habe hier vor das fenster in die küche naja draußen geht ja nicht und was nehmen wir noch billiard mit wir haben alles oder menschen sie sehen ja wohl dann erfüllt die aufgabe c ja schließe 8800 da wohl ok ja wir haben es geschafft schauen uns gerade von der kontostand an 13.000 jahre haben wir wieder ein bisschen kohle und restaurant ist ja natürlich geschlossen im moment wir müssen jetzt hier einiges austesten wir haben ja hier auch noch erweitert und fast food festival genau das ist das thema und das werden wir dann in der nächste folge auch angehen das fast food festival warum gucken wir die 15 pizze schnell verkaufen und hoffentlich dass wir bald die restaurant unsere menükarte erweitern können vor allen dingen also dann bleibt mir treu bis bald ciao 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 ciao